Bin ich ein Alien? Diese Frage stelle ich mir. Seid ihr Aliens? Bin ich in einem falschen Planeten? Willkommen zurück zu Minecraft Sky Block Pixel, zumindest zu den ersten Minuten, wo ich ein bisschen renten möchte. Hey, willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Äh, ja, es ist gerade abends. Ich warte hier noch ein bisschen Spinnenweben ab. Es geht voran. Wir können mal kurz in die Collection gucken. Wir haben 8700 von 10.000. Also, wenn ich jetzt nochmal schlafen gehe und in der Früh die Folge aufnehme, den Rest, dann sollte dieser fertig sein und ich kann den craften. Ich habe hier drüben auch noch ein Spinnenkäfig gebaut. Da, ja, werden weitere Spinnen vernichtet. Und ich habe noch zwei Holzminions trotzdem noch, weil ich jetzt so langsam anfange, diese größeren Holzkisten zu bauen. Da, wo neuen Sachen reinpassen. Wie cool ist das denn? Dann können die ganzen Spinnensachen endlich richtig gelagert werden. Oder allgemein, wenn ich ein bisschen Minions farme. Und, äh, ja, warum wir anfangen? Weil ich einfach erst die Kommentare gelesen habe und da so viel merkwürdiges Zeug stand, dass ich einfach sofort drüber reden wollte. Also, erstens, irgendwie die Hälfte hört mir scheinbar nicht zu. Zweitens, es gibt ein paar gute Tipps und so. Ähm, ich habe ein paar hier einfach notiert. Warte, wir gehen, wir gehen aber über die Sachen drüber, die ich mir hier, die ich hier stehen habe. So. Erstens, viele haben geschrieben, ohne Shader ist cooler. Jein? Also, ich finde, ohne Shader in Höhlen auch cooler, muss ich sagen. Aber ich muss sagen, auf meiner Insel tagsüber sieht der Shader schon verdammt cool. Also, der sieht verdammt cool aus. Ich bin immer wieder so ein bisschen so, hui, das sieht cool aus. Tagsüber auf meiner Insel ist geil. Nachts auf meiner Insel ist auch okay, weil ich halt 5 Millionen Fackeln aufgestellt habe, die eigentlich optisch nicht so geil sind, aber die auch keine Monster. Deswegen, auf meiner Insel hätte ich schon gerne einen Shader, aber so außerhalb, wenn ich rumrenne, kann ich gerne den Shader ausmachen. Von mir aus. Dass wir irgendwie uns so auf den Zwischenpunkt einigen. Das geht. So. Zweitens, gefühlt die Hälfte der Kommentare war, Samba, du hast dein Golemschwert doch. Habe ich je gesagt, dass mein Golemschwert weg ist? Nein? Es liegt hier in der Enderkiste, neben dem Verzauberungsbuch mit Schafnis. Habe ich doch gezeigt. In der letzten Folge. Und richtig viele Kommentare waren, du hast dein Golemschwert noch, das ist in der Kiste da drin. Ich habe doch nie gesagt, dass das weg ist. Ich habe gesagt, ich warte, bis ich das benutze. Bis es verzaubert ist. Und deswegen sammle ich erst die ganzen Verzauberungen und dann crafte ich alles zusammen. Da haben mir auch Leute schon sehr nützliche Guides geschickt, die ich dafür gerne hernehme. Und ich weiß noch nicht, ob ich alle Verzauberungen drauf mache. Alle 18 Stück. 18. Da waren auch super viele Kommentare. Es gibt nicht nur 8 Verzauberungen, es sind 18. Ich habe 18 gesagt. Vielleicht war ich undeutlich. 18. 10. Okay. Nächster Punkt. Ein Kommentar hat geschrieben, Höhlen spinnen machen bei Schaden Gift dazu. Es ging mir um die Drops der Höhlen spinnen. Nicht. Ich wollte wissen, warum soll ich ein Höhlen spinnen Minion bauen? Droppt der Gegend etwas anderes als eine normale Spinne? Oder warum gibt es dafür einen eigenen Minion? Die Frage wurde ich glaube ich sonst nicht beantwortet. Einer meinte nur, dass Höhlen spinnen Gift Schaden machen. Das ist mir bewusst. Ich habe schon mal Minecraft gespielt. Danke. Das haben wir erst genervt. Müsst ihr durch. Ich habe das alles gelesen, jetzt müsst ihr auch da durch. Einen anderen Kommentar. Mal was Positives. Ist aufgefallen, dass ich mit meiner Rüstung vor zwei Folgen, bevor ich sie verloren habe, mehr Leben hatte. Das stimmt. Die hier hat nur Growth 4 als Verzauberung und nicht 5, was Maximum ist. Aber dafür hat sie ja Protection drauf und so. Den Deal nehme ich hin. Ist mir gar nicht aufgefallen, aber gutes Auge. Kann ich dich loben. Du brauchst auf jeden Fall keine Brille. Wenn du eine hast, tut mir leid. Ich habe auch eine. Jeder hat eine, der so viel am PC sitzt. Dann. Trigger Kommentar mit Lach-Emojis. Also die triggern auch echt. Äh. Wieso legst du deine Rüstung überhaupt in deine Kiste, wenn du offline gehst? Ich. Was? Ich habe. Nein. Ich. Hä? Ich habe meine Rüstung in die Kiste gelegt, um die Lapis-Rüstung anzuziehen, die ich gerade gefarmt habe. Ich habe nicht meine Rüstung in deine Kiste gelegt, um offline zu gehen. Du hast mich sehr falsch verstanden. Netter Kommentar. Ich hätte sie vielleicht alles screenshotten sollen, aber jetzt ist es auch zu spät. Also die Rüstung lag da nur drin, weil ich eine andere angezogen habe. Es haben auch viele geschrieben, in der Enderkiste sind die Sachen sicherer. Deswegen kommt alles wertvoll jetzt immer in die Enderkiste und Rüstung und sowas, die ich häufiger wechsle. Sind wir auf der sicheren Seite. Dann. Ein Kommentar zu meiner Diamantspitzhacken-Verzauberung der letzten Folge. Du hast doch schon Smelting Touch auf deiner Spitzhacke. Ach ja? Wo? Kannst du mir bitte sagen, wo das Smelting Touch auf meiner Spitzhacke ist? Ich sehe es nämlich nicht. Aber danke. Und der letzte Kommentar, den ich mir noch rausgesucht habe, der mich getriggert hat. Ich freue mich gerade, dass ich mich so aufregen darf. Ich hoffe, es steuert euch nicht. Ähm. Sie hat geschrieben, noch nicht mal die Hälfte an Content gesehen, aber schon Pause. LOL. Nur, weil ich noch mehr Minions hinstellen kann und AFK zehn Jahre warten kann, bis die einen Enderkisten-Upgrade gecraftet haben, heißt es noch nicht, ich habe nicht die Hälfte an Content gesehen. Weil die Content ist geortet und sowas, das man erkunden kann. Und da habe ich alles außer den End gesehen, soweit ich weiß. Also, chill. Ich weiß, dass ich nicht alle Items gecraftet habe, aber da lohnt es sich nicht, ein Projekt zu machen. Da ist die Blazing Fortress, da ist das Spinngebiet, da sind die fünf Bauminseln. In der Festung waren wir nicht wirklich unterwegs, aber ich weiß nicht, wofür die existiert. Aber wir waren da schon mal. Ja, da unten sind wir lang gelaufen, auf dem Turm waren wir, beim Fischen waren wir, bei der Fee waren wir. Weiß nicht, was das Gebäude ist. Beim Kollision wollten wir nicht hin und bei der Farm hinten waren wir auch. Überall und da geht es in Richtung Mine. Das ist noch nicht mal die Hälfte gesehen. Er ist extra nochmal hier zu der Tafel gelaufen. Ihr seid alle doof. So, jetzt habe ich es euch gegeben. Okay, ich gehe jetzt schlafen. Und wir sehen uns, wenn ich geschlafen habe und die Spinnen gefarmt haben und ich meinen Grappling-Hub habe. Und dann habe ich Spaß. Beziehungsweise, ich fange jetzt noch Level und so, aber für euch ist jetzt hier ein Cut. Meine Spitzhack hat dann Smelting-Touch bestimmt. Mhm. 51 Level waren es, ne? Ja, hole ich. Okay. Das war einfach 5 Minuten und enden. Egal. Ihr müsst damit leben. Und ich mache die Folge aber für 25 Minuten statt 20. Easy. Wir sehen uns. Wusch. Hey! Hallo. Willkommen zurück nach einem kleinen Cut. Äh, ich werde wahrscheinlich einen Timestamp irgendwo einblenden und so, dass ihr den Grand skippen könnt. Es ist eine Töcke vergangen. Ich sollte genügend Spinnenweben haben. Zumindest nachdem ich gesammelt habe. Weil in meiner Collection stand es sehr gut, als ich offline gegangen bin. Ja, genau. 9.170 von 10.000. Also kriegen wir jetzt eventuell den lustigen Lustig-Haken. Und sogar die mit den großen Kisten sind voll. Oh, Junge. Achso. Ich habe mein Schwert gecraftet ein bisschen, ne? Äh, First Strike, Giant Killer, Looting 3, Sharpness 5, Vampirismus 5 und Venomus 5. Ich habe, äh, glaube ich, Screenshots von den Büchern gemacht. Ich habe ein Buch, das hat einfach drei gute Sachen auf Stufe 5 drauf. Und dann dachte ich mir, okay, das reicht erstmal. Ich muss nicht die 18 Sachen drauf machen. Das machen wir, falls ich mir jemals ein, äh, so Ultraschwert hole. Das Golemschwert ist ja von der Qualität her blau. Und jeder weiß, es gibt noch lila und orange, was besser ist von der Qualität. Deswegen, also die, mit dem O-Spieler weiß es zumindest, warte ich noch, bis ich mindestens ein lila oder oranges Schwert habe dafür. Das wird nämlich dann cool. Wenn ich, wenn ich es jemals erreiche, natürlich, sei dazu gesagt. Aber ich, vielleicht, wer weiß. Alter, es ist viel Zeug aus einem Minion. Junge, so viele Fäden. Ich habe auch schon ein paar zusammen gecraftet. Da unten rechts haben wir schon neun Stück. Also, der Hook ist einfach schon eigentlich gecraftet. Ich muss nur looten. Ah, Grappling Hook Rezept. Da, 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 da. Da, 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 da. Ah, ist eine passende Musik, aber wir sind hier nicht bei Monster Hunter. Ah, das ist meine, ich habe es geschafft Musik. So, ich, ich loop trotzdem noch alle kurz mal hier fertig, wenn ich schon hier am rumrennen bin. Ich habe das Schwert auch echt nicht so gut verzaubert, obwohl mir jemand hier einen coolen Guide geschickt hatte. Ich habe aber auch irgendwie zusammengecraftet. Das letzte hat, glaube ich, 30 Level gekostet drauf zu craften, ja. Und ich habe, äh, noch nicht Telekinese drauf. Das kann ich einfach für 100 Münzen drauf machen. Das mache ich aber erst, nachdem wir im End waren, weil wir können auch in den End jetzt gehen. Mhm. Äh, achso, ich sollte vielleicht die Pferden mitnehmen. Wenn ich schon, wenn ich mein, endlich mein, äh, Superhook machen kann, dann können wir auch mal ins End gucken. Und oben auf den Spinnenturm, wo irgendein Boss auf uns warten soll, das wurden wir schon tausendmal geschrieben. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das Crafting Rezept war. Ich habe es doch gerade freigeschaltet. Ich kann noch draufklicken. Äh, oh, was ist so ist, ich schon dann Pferden. Hui, die, papapa, die, padabu, grappling hook. Okay, ein weiter weniger Inventarslot, aber, oh, wie cool ist das denn? Leute, endlich können wir uns, Hui, durch die Gegend ziehen. Hui, oh, nein. Man verliert nichts, wenn man in der eigenen Welt runterfällt, Gott sei Dank. Ah, ist cool. Rastet das Meer aus, wenn man den länger fliegen lässt? Ja, ein bisschen. Uh. Ja, kommt mir schon ein bisschen stärker vor, wenn man den länger fliegen lässt. Ja, ja, auf jeden Fall. Ah, ist cool. Oh, ist das cool. Das ist so cool. Ich bin so froh. Äh, eine Axt mit Effizienz habe ich mittlerweile auch. Ich weiß nicht, ob die neu ist, aber, ja. Wir haben auf jeden Fall das Golem-Schwert. Und das macht, das macht Crits, Leute. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, aber wir können, ihr könnt nochmal drauf achten. 1.207. 1.207. Ja, 1.207 als Crits und 800, glaube ich, nochmal. 805. Ja. Ist, äh, geht bestimmt noch besser. Natürlich. Aber, Junge. Das ist cool. Wenn ich jetzt noch ein paar mehr Spinnen abwarte, dann kann ich mir die Spider-Boots machen. Nein, das sind echt noch 10 Millionen Spinnenfäden. Ich brauche ja vier Stacks. Mit je 64 von den Verzauberten. 49.152 Spinnenfäden gleichzeitig, die ich benötige. Okay. Ja. Könnte ein Projekt werden, aber das ist ein sehr langes Projekt. Aber da habe ich einen Doppelsprung. Wie cool ist das denn? Ja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auch direkt zum End. Und gucken mal, ob wir die Endermen töten. Weil die Endermen da unten zu farben, keine Ahnung. Wie viele Endermen habe ich? Drei Stacks. Ich gucke da immer wieder mal rein. Und dann ist da einfach eine Spinne drin und zwei Skelette oder so. Ich glaube, durch die ganzen Spinnenfarben spawnen da nicht mehr so viele Viecher drin. Deswegen lohnt sich das nicht mehr so sehr. Für Levelfarm will ich auch Lapis-Minions bauen. Das will ich noch machen. Also ich will allgemein noch sehr viele Minions eigentlich machen. Aber man muss halt immer eins nach dem anderen machen. Theoretisch kann ich jetzt ja wieder... Vielleicht mache ich bereits Lapis-Minions vor. Ich hatte irgendeinen Plan. Ich überlege nochmal, was ich machen will. Ich sage jetzt noch nicht fest, welchen Minion ich hier baue. Aber ich hatte ein paar Ideen eigentlich. Vielleicht mache ich erstmal Holz noch ein bisschen weiter, dass ich genügend von den Kisten habe. Für alle meine Minions. Weil das klingt ja eigentlich nach einer Priorität oder so. Ja. Ach, schau mal, wie schnell wir sind. Ach. Komm, das sieht doch mit Shader gut aus, Leute. Ich weiß, in Höhlen sage ich nichts gegen. Oder wenn es regnet. Aber so, wenn die Sonne scheint, sieht ein Shader schon echt ultra cool aus. Das lasse ich mir nicht ausreden. Könnt ihr so viel in die Kommentare schreiben, dass es ohne Shader besser aussieht, wie ihr wollt. Ja, das End. Äh, ich habe das Level übrigens erreicht. Ich habe... War ich überhaupt in der Blazing Fortress? Ne, ich glaube nicht. Ich habe nur Level gefarmt. Mit meinem Schwert. Auf der Spitzstack ist übrigens auch Smelting Touch drauf. Habe ich auch gemacht. Travel to the End. Okay. Äh, ich wollte noch nicht da hin, aber... Alter, sieht der cool aus wie so ein Stern. Alter. Tada. Äh, warum gibt es hier verzauberte Sachen zu kaufen? Für 1,5 Millionen Coins. Endstein, 10 Coins. Obsidian, 50 Coins. Dragon Hunter 1. Was ist Dragon Hunter? Er wird entscheiden gegenüber Enderdrachen um 8%. Warum gibt es ein Wub gegen Enderdrachen? Hallo? Habe ich was verpasst? Ein Enderman! Alter, der hat ein paar Millionen Leben. Aber, 3 Enderperlen. Ich kenne endlich Enderperlen-Farm. Wie viel Damage machen die? Ich wollte nie, nie, hier in dem Endding. Ah, die machen, oh Gottes Willen, die machen trotz meiner Rüstung so gut Damage. Aber egal, ich kann Enderperlen-Farm. Kann ich auch alles verlieren, was ich habe. Äh, achso, wir machen die Quest. Genau. Und ich mache den Shader hier aus, weil... Ja. Ist ein bisschen dunkel. Müsst ihr aber bedenken, dass ich mein Gamma auf unendlich hochgedreht habe noch, ne? Also, wenn ihr wollt, kann ich es wieder ausmachen, aber... Man sieht auf jeden Fall alles. Wo ist der Enderperl-Dealer? Und warum stehen alle auf der Stelle? Bist du der Ender... Hallo? Geht's jetzt wieder? Ja. Okay. Äh, du hast das End erreicht. Aber es ist nur der Anfang. Ich bin der Perlendealer. Und du bist in einem gefährlichen Gebiet. Sehr vorsichtig, wenn du Erdenderperlen auf dieser Insel benutzt. Ihre Energie zieht Enderman an. Das End hat auch viele Ressourcen. Inklusive Endstone und Obsidian. Umso tiefer du gehst, umso merkwürdigere Sachen wirst du finden. Sammle Endstein. Was haben die Leute eigentlich für eine gute Spitzhacke? Das würde ich noch gerne wissen. Endstein, neue Kollektion. Endstone-Minion. Endstone-Portal-to-the-End. Ja, da brauche ich wahrscheinlich... Oh, verzauberte Enderperlen braucht man da schon. Okay. Silence-Block. Prevents all mobs making noise when placed on your private island. Ach, so einen gibt's hier. Alter, was kann man denn im Vanilla-Minecraft bitte machen? Was sind das für Götter? Ace-Block. Äh, 100... Plus 100 Schnelligkeit, wenn standing on top of this block. Okay. Gut, um Wege zu bauen. Und es gibt ein Endstone-Sword. Das ist lila. Verbraucht all dein verbleibendes Mana. Und erhöht deine Damage-Resistance für 5 Sekunden. Und extra Schaden auf deinem nächsten Schlag. Kommt drauf an, wie viel Mana aufgesaugt wurde. Okay. Klingt nach einer interessanten Fähigkeit. Töten wir weiter ein paar Endermann. Ich kann die Quest nicht abschließen. Weil ich eine Telekinese-Spitzhacke habe. Alter, das ist... Ne, wir sehen uns gleich wieder. So, ich nehme jetzt ein Effizienz-5-Buch mit. Und eine Spitzhacke allgemein. Die ich dann immer rausholen kann. Und sobald ich ein paar Level habe, mache ich das Buch dann auch drauf. Und dann habe ich da immer eine Spitzhacke, die nicht verzaubert ist. Für Quests. Wenn man selber springt, fliegt man noch ein Stückchen weiter, oder? Komm mir sofort zumindest. Alter, leckt's hier gerade rum. Äh, 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 äh. Hallo, Leute? Ich würde gerne noch... Oh, äh, äh. So. Leg, leg, leg. Ich will nur einen Endstein abbauen. Oh, ich habe ein neues Objektiv. Reach the Dragon's Nest. Okay. Ja, legt ja kaum. Wird ja easy. Okay. Ob das da unten ist? Oh, ich habe ja Federfall. Hui. Au. Oh Gott. Ganz schön tief. Warum leuchtet das Obsidian hier? Erfolg freigeschaltet, oh shiny. Miner glowing block on the End Island. Oh, Erfahrung. Und Mana Potions. Oh. Oh, ich bin hier einfach so ein Zeug gibt, wenn man coole Blöcke mient. Hey du, wo ist der Drache? Bin hier irgendwo ganz tief runtergesprungen. Ganz gut, dass die Endermänner verchillen. Ja. Ja. Noch mir mal eine Potion. Einen Bogen schießen Potion. Einfach als ob sie einfach ihr Erfahrungsflaschen fürs Erze absammeln gibt. Neue Zone und Dragon's Nest. Ich stehe hier. Falls sie ja lots. Ich glaube, ich bin nicht im Dragon's Nest. Ist hier in der Ecke einfach so ein Pixel Dragon's Nest? Ja. Hier. Ist einmal hinter der Wand. Da oben ist Feuer. Ah, ich habe es glaube ich gefunden. Hier ist so eine fette Tür. Aber meine ganze Lobby ist kaputt. Also, ja. 9000 Leben haben die hier unten? Holy moly. Ah. Das hier wird das Dragon's Nest sein. Ja, aber warum ist der Server dann so kaputt? Ich will gerade spielen. Also kann sein, dass mein Internet gerade rumspackt. Ich habe keine Ahnung. Ich mache mal einen Speedtest. Nope. Mein Internet ist volle Stärke da. Das ist die Logitech hier total. Hallo? Ah, jetzt geht's. Ich bin auf einen anderen Server gegangen und jetzt wieder hier drauf und jetzt funktioniert's. Okay. Ja. Ich bin wieder am Eingang. Okay. Aber ich fahre jetzt den Weg ja. Da runter und dann eine große Tür suchen. Äh. Runterspringen. Hochgucken. Ziehen. Perfekt. Hat überhaupt nichts gemacht. Ach, einfach echt nur runterspringen und dann durch die Tür laufen. Lol. Der Weg ist ja ultra kurz. Äh. Wo ist... Fighter Dragon? Hatte ich nicht irgendeine Quest, dass ich mit irgendjemandem reden soll hier? Ich will keinen Dragon fighten. Irgendwie, die haben hier 13.000 Leben, die Endermänner. Das ist aber so ein Watcher-Skeletten. Oh, das ist schön. Der wird 55 sind. Und ja, das ist hier wahrscheinlich, wenn man so lila Equip... Äh, so... Oranges Equip hat. Hier so... The true Endgame. Oh, krass. Cool Ort. Einen Dragon werde ich jetzt aber nicht fighten. Danke. Achso, Talk2Gover habe ich hier als Quest. Ja, wie komme ich nach oben? Zum Eingang vom Gebiet sterben eigentlich, ne? Ah, die können sind egal, komm her. Kriege ich eh nicht tot. Alter, da haben die... Ja! Ich habe den Enderman besiegt. Oh, die dro... Oh. Da kam einer Insta zu mir hin. Wer ist denn Goober? Ach, guck mal, hier sind sogar noch mehr Sachen. Ach, hier gibt es wieder Stonk. Das ist eine gute Spitzhacke. Mach dich unsterblich, wenn du stirbst. Aber verbraucht sich bei Benutzung. Ah ja, cool. Was ist los mit dir, Ops? Ja, hallo. Coolen Enderkopf hast du? Leise Enderperlen, mit denen man nicht angegriffen wird. Hier was, Junge? Steht aber nur in meinem Face. Ich verstehe diese Leute. Weißt du, tanzt vor meinem Gesicht rum und dann stirbt er auf einmal innerlich und bleibt stehen und macht nichts mehr. Ich würde ja denken, dass er schreibt, aber es kommt ja nichts. So lange braucht man ja nicht, um Satz zu tippen. Wo ist Goober? Goober? Ich weiß nicht, wo Goober ist. Da ist Goober. Hallo. Oh, so ein kleiner Enderdrach oder was auch immer. Das End ist eine große Insel. Mein Lieblingshobby ist das Rennen darüber zu veranstalten. Meine beste Zeit ist ziemlich schnell. Du wirst sie vermutlich niemals schlagen, aber du kannst es versuchen. Um das Rennen abzuschließen, musst du die andere Seite der Insel erreichen und bis hierher zurückkommen. Starte das Rennen, indem du über die Druckplatte läufst. Wenn du unter drei Minuten fertig bist, habe ich eine Belohnung für dich. Viel Glück. Alter. Ähm, wohin muss ich? Einfach da so auf die andere Seite rüber? Ja, scheinbar, ne? Ich gehe nicht über die Spitze. Das ist ja Zeitverschwendung ohne Ende. Oh. Dann wollen wir werfen, springen und ziehen. Hui. Da muss ich wahrscheinlich... Huh. Nicht in die Lücke fallen. Hui. Drei Minuten habe ich. Hm. Hm. Alter. Warum ist es da unten? Egal. Wird schon nicht so viel falsch sein. Okay. Äh. Ich habe mich weggezogen. Ich werde verlieren. Na. Okay. Das war's. Vermutlich. Okay. Jetzt haben wir nochmal Spannung aufgebaut. Wird Zombies es schaffen, nochmal zurück auf die Map zu kommen? Nein. Ich fahre einfach nur weiter runter. Ach komm. Füllt mich doch einfach. Zählt das als drei Minuten? Grace cancelled. Okay. Schade. Ich hätte mich mit Enderbeeren hochwerfen können. Aber pscht. Ich töte mich scheinbar lieber. Hui. Hui. Oh, ist das cool, wie schnell man ist damit. Halt da in die Lücke will ich rein. Hui. So. Zack. Oh. Oh. Ah. Das ist natürlich kritisch. Hahaha. Hahaha. Nicht in die Giga-Löcher fallen. So. Hier kann ich runterspringen. Meine Zeit sind 34 Sekunden. Bin natürlich tausendmal schneller. Aber. Ich kann mir ja Zeit lassen jetzt beim Rückweg. Erstmal wieder ein bisschen an Höhe gewinnen. Dann die nächste beste Schlucht suchen, wo man runterfallen könnte. Da. Perfekt. Und rein snipen. Ich laufe hier einfach gemütlich am Rand lang. Oh ja. Hier kann ich nicht runterfallen. So. Hier muss ich mich jetzt einmal rüberziehen. Ich darf nur nicht in die Spalten fallen. Ja. Ah. Okay. Hier bin ich glaube ich schon safe. Dann kann ich wieder Vollgas langziehen. Ja. Hallo? Ich hab recht Glück gemacht, aber es ist nicht passiert. So. Dann noch hier einmal um die Ecke und ich bin schon wieder daheim. Äh. Hier unten irgendwo. Da. Finish. In. Einer Minute sieben. Na Bro. Was sagst du jetzt? Nicht bad luck, zombie. Ah. Du musst viel. Was? Enderperlen. Danke. Ah. Du kannst viel schneller werden, wenn du diese Items benutzt, die ich. Äh. Wie ich. Nimm diese leisen Enderperl. Silent Pearls. Sie erlauben dir, dich zu teleportieren, ohne Enderman-Wüten zu machen. Versuch's nochmal, aber sei in unter zwei Minuten zurück. Äh. Ja. Hallo? Ich hab's in unter zwei Minuten. Ach. Äh. Ja. Alter Rekord gebrochen sogar. Eine Minute vier. Okay. Hallo? Du wirst schon viel schneller. Nimm diese Enderman-Maske. Äh. Intelligenz minus 100. Warum? Ich trage sie manchmal, um mich wie ein Enderman zu fühlen. Schau, ob du es in unter 80 Sekunden bieten kannst. Junge! Ich beat's die ganze Neu- unter 80 Sekunden. Lass mich in Ruhe. Oh. Eine Minute vier. Okay. Wieder gleich schnell. So. Unter 80 Sekunden. Nope the fish. Ein Special. Okay. Danke. Was hast du gesagt? Fuck. Okay. Das Race in 48 Sekunden schaffe ich noch nicht. Ja. Das mit den 48 Sekunden kann ich machen, wenn ich noch ein bisschen mehr zum Beispiel Zucker reingelevelt habe und ein paar mehr Speed-Gegenstände und Thales-Männer und sowas habe. Jetzt wollte ich eigentlich ein bisschen machen für mehr Thales-Männer auch. Die Pilze wollte ich machen zum Fliegen auf meiner Insel. Ach. Wir haben also noch ein bisschen was zu tun. Von wegen Minions her. Ich werde jetzt dann schauen, dass ich mir ein paar Pilz-Minions aufstelle. Und beim nächsten Mal fliegen wir wahrscheinlich auf meiner Insel. Wie cool ist das denn? Ich meine, ich kann mich zwar durch die Gegend ziehen, aber Fliegen ist immer noch cooler. Naja. Ich hoffe, es hat Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Euer Zimmelmann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020